Rolf Gerke ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der als Aktiver von Hannover 96 im Jahre 1954 die deutsche Fußballmeisterschaft errungen hat. Karriere als Spieler 1952 kam Gerke aus dem eigenen Nachwuchs in das Oberligateam von Hannover 96. Am 6. April 1953 kam er im Spiel gegen Concordia Hamburg. Welches 2 zu 2 ausging an der Seite von Hans Krämer, Helmut Geruschke, Hannes Köck, Heinz W. Wetzer, Rolf Petz und Ludwig Pöhler zu seinem ersten Oberligareinsatz für die Roten. Obwohl er in der siebten Minute ein Torschoss blieb es in der Saison 1952 53 still nur bei diesem einen Einsatz. Auch in der Saison 1953 54 still kam er nur zu drei Einsätzen in denen er zwei Tore schoss. In der Saison 1953 54 still gewann Hannover 96 überraschend die Meisterschaft der Oberliga Nord und qualifizierte sich für die Teilnahme an der Endrunde. Zur deutschen Fußballmeisterschaft. Im ersten Spiel der Vorrundengruppe gegen den Berliner SV 92 verletzte sich Außenläufer Willi Hundertmark. Für ihn kam der 21-jährige Gerke in die Mannschaft. Mit ihm gewann 96 auch das zweite Vorrundenspiel gegen den VfB Stuttgart und stand im Finale. Im Endspiel am 23. Juni 1954 in Hamburg traf Hannover 96 auf Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern. In dessen Reihen zahlreiche Nationalspieler standen, die wenig später die Fußballweltmeisterschaft gewinnen sollten. Gerke spielte gegen Fritz Walter, den herausragenden deutschen Fußballspieler seiner Zeit. Der Außenseiter aus der niedersächsischen Hauptstadt gewann gegen den hohen Favoriten aus der Pfalz mit 5 zu 1 und wurde nach 1938 zum zweiten Mal deutscher Fußballmeister. Danach stieg Gerke zum Stammspieler der Hannoveraner auf und kam in der Saison 1954 55 still zu 26 Spielen und sechs Toren. Insgesamt bestritt Gerke bis 1959 74 Spiele für Hannover, in denen er acht Tore schoss. Außerdem kam er in der Saison 1954 55 still zu einem Einsatz im DFB-Vereinspokal. In seiner letzten Oberligasaison 1958 59 still kam er nur noch auf drei Einsätze. Folgejahre. Nach Ende seiner Spielerkarriere engagierte sich Gerke im Verwaltung und Ehrenrat von Hannover 96. Rolf Gerke arbeitet als Architekt. Rolf Gerke Fuller